Musik Servus und herzlich willkommen nun zur 63. und damit auch letzten Mission in Feldzug Ausbreitung der Rebellion. Musik Heute müssen wir einen Supersternzerstörer vernichten. Kann man überlegen, ob ich mit einem B-Wing oder einem X-Wing fliegen will. Musik 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 Okay, Grün soll sich aussehen, wenn wir um die Rage kümmern. Musik 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 Irgendwie bringen sie das in den Einsatzbesprechungen immer dann, wenn es besonders hoffnungslos ausschaut. Musik Aber exakt, ich will da lieber einen X-Wing fliegen. Musik Musik Fühle ich mich ehrlich gesagt wohler mit. Musik 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 Also technisch gesehen hat so ein Supersternzerstörer ich glaube 12 Teilstaffeln an Bord. Musik 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 Naja, genau, die Rage springt jetzt und taucht dann hinter uns wieder auf. Ich kann mich noch dumpf entsinnen. Oh, okay. Okay. hoppla nicht schlecht was ist denn da ist er Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Benutze dein Ziel zum Angriff. 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 Ich würde das Gefühl, ich stehe. Missed. Missed. Oh nein! Hoppla! Na gut. Bericht über primäres Ziel. Die Hülle ist beschädigt. Schön. Wieso habe ich nur den Verdacht, dass die Korvette da gerade eine Selbstmordmission plant? Die Hülle ist beschädigt. Ja. Die knallt da jetzt gleich rein. Und... Gucken. Gucken. So, hängen wir eben mal die Grabenkrankheit an. Okay. Okay. Hör. Hervorragend. Die Mission ist ein Erfolg. Hey. Oh Mann. Das kostet mich gleich nochmal meinen Jäger. Das ist jetzt blöd. Okay. Hoppala. Das wäre fast schief gegangen. Benutze dein Ziel zum Angriff. Benutze dein Ziel. Bericht über Fabrik. Ihre Schilder sind unten. Oh Mann, wer ist denn das da drüben? Benutze dein Ziel zum Angriff. Also die Werft darf halt einfach nicht zerstört werden. Da fliegen immer noch Torpedos rum. Die hauen jetzt ab. Die Gunboats hauen auch ab. Interessant. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Na gut, müssen wir eben zuerst die Sprengstation vernichten. Oh. Bericht über Fabrik Die Hülle ist beschädigt Benutze dein Ziel zum Angriff Verdammt Ich wollte eigentlich das Waffensystem wechseln Naja, was soll's Die Hülle ist beschädigt Tja, das wär's gewesen Damit hätten wir den Supersternzerstörer vernichtet Ich bin jetzt leider zu früh ausgestiegen Ich wollte ehrlich gesagt noch den Sternzerstörer plätten Das ärgert mich jetzt so ein bisschen Ich wollte das Waffensystem wechseln Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass mich gerade versucht was anzupeilen Deswegen Die Leertaste Naja Okay Dann wär's das gewesen Vielen Dank fürs Zuschauen Wir sehen uns dann nächste Episode wieder Die Folge 64 wird sich dann mit dem Feldzug Aber auf imperialer Seite beschäftigen Bis dahin macht's es gut Servus und auf Wiederschauen Die Folge 64 wird sich dann mit dem Feldzug Bis dahin macht's es gut Bis dahin macht's es gut Bis dahin machen sie gut Sie wird die Figur Wir sehen uns dann mit dem Feldzug Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018